Moment, viel gegönnt von Kinder Baden, das hat die ganze Zeit übst reingehauen. Wichy, easy. Ey, das ist nicht kaputt. Ich hab's auf Video. Alter, Wichy. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Jibo Unzensiert. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Mir geht es sehr gut. Und zwar Statement zum Statement. Über Statement von Fritz Meineke, Statement, Statement. Das Statement. Erstens frage ich mich, warum Joris? Nicht wie ihr jetzt denkt, wieder hier von wegen hier, warum nicht ihn, dies, das, nein. Nein, nein, mal andere Frage. Warum ist Joris auf Platz 3? Soweit ich mich erinnern kann, haben die anderen Kandidaten, also die anderen halt, die haben gar nicht abgestimmt mit ihm, also er kam gar nicht vor. In seinem Video hab ich jetzt noch nicht gesehen, ob er sich selber auf die Platz 3 gesetzt hat. Aber, wallahalla, malafalla, stopp. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber, wenn ich mich täusche, ist mir auch egal, Junge. Joris muss mit drei Gegenständen losfahren. Der andere muss mit den Gegenständen losfahren. Den gegen, den Gegenständen und ja, der darf nur so viel. Wo ist denn das 7 vs. Walt, Junge? 7, Junge. Zweitens, ich hab eigentlich nur auf Knossis Video gewartet. Ähm. Warum weiß ich nicht mehr? Hab ich mir aufgeschrieben. Ha. Egal. Drittens, Hobby-Survival-Experten. Ha. Fritz. Beruhig dich, Brunner. Junge, ruhig bleiben. Boom, Junge. Viertens, sieben Gegenstände. Da ist aber was, da ist aber was Mächtes hier. Mächtig hier, ein bisschen falsch geschrieben worden. Ähm, liebe, liebe, hier, wie heißen das? Backstage, Leute. Was tun das, Junge? Könnt ihr nicht mal richtig schreiben, aufschreiben, Junge? Ist doch gar nicht so schwer. Bitches. Okay, sorry. Weiter geht's. Kurze Pause. Einmal überlegen. Weiter geht's. Drittens, oder viertens, ich weiß nicht genau, aber ich glaub drittens, Knossi darf sieben Gegenstände mitnehmen. Okay, ganz ehrlich, Chad. Wer ist der Schwerbehinderte, der Kandidat? Der darf alle mitnehmen. Sieben Gegenstände. Warum? Ich kann Sachen nicht miteinander verbinden, ich kann gar nichts. Ich weiß nicht, wie man was konstruiert. Ich hab im IQ-Test keine, ich bin komplett verloren, Lotz. Mach nicht, Junge. Ja, deswegen hab ich mich hier heute dazu entschieden, dass ich wie Fritz auch nur einen Gegenstand mitnehme. So, war Spaß? War nur Spaß? Wollte nur sagen, wollte nur sagen Spaß? Ha, ha, ja! Eine Frage steht noch im Raum. Warum Jurus? Ich mein, die Community hätte auch anders entschieden, oder nicht? Ich bin der Meinung, andere hatten viel mehr Prozente, aber okay, aber okay. Aber ey, warum Jurus? Ich würde jetzt da hinten nicht in die Ecke kotzen und mich dabei filmen, aber wenn es im Rahmen des Sam vs. Wild-Projekts passiert, natürlich. Das ist ein ganz großer Teil davon, authentisch zu zeigen, was Survival im Dschungel bedeutet. 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 Ich mein, ich hätte doch lieber den gesehen, der mit dem Bär kämpft. Von unten, von unten, da muss ein, der Bär muss denken, alter, alter, holy shit, was ist mit dem? Oder der, der mit seinen Freunden im Schnee spielt. Ja, nee, steil ist ja nicht. Und Schnee gibt's ja auch kaum. Wir sind gut ausgerutscht. Oder noch besser, der vom 1922. Tschüss Frau, tschüss Kind, die Pflicht ruft. Äh, was? Oder halt der, der vor Bienenangst hat und schachte weiß Kippenraut. Zigaretten sind erlaubt, allerdings nur sieben Stück. Oh, sorry. Falscher Clip. Äh. Noch ein Tipp an Kstossala. Nimm dir. Zwei mal sieben Zigaretten mit. Ich kenn das, Junge. Das machst du nicht sieben Tage, Junge. Aber vielleicht geht die auch fünf, Junge. Seven ist weg, Junge. Also, BOMM, Junge. Ich weiß nicht warum, aber meine Ex ist zu Prostodencia-Muttied. Warum? Das war so... Das war, wie nennt man das? Ein Beispiel. Wie Rapper machen hier. Ach, ihr wisst schon. Bitch. nächste Mal Getschken. Ja Mann. cracking hier in Hamburg. Na klar, du weißt trotzdem. Hast du schon was geklärt heute, oder? Ja, eine. Eine? Ja, Mann. Und dann heute Abend Pfeife, oder was? Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite, dieses Video. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren, Jibbon sensieren, liken, teilen, dies, das auf TikTok. Folgen, oder wie das heißt, Instagram rein da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Und raus bin ich. Bitch.